Äh, Unlock Nein Wie ein Duct Tape doesn't fit Das verstehe ich jetzt nicht Check ich mich Duct Tape Ich hab das Gefühl wir sind falsch gelaufen Wir müssen doch diese Stromdinger Diese Stromteile müssen wir doch zusammen basteln Ist dran vorbei Ja, 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 ja Hier, ne, genau Hier müssen wir zusammen basteln So, now pull the ammo and turn the power back on Power, 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 power So Ich weiß nur nicht mehr, wo das war Was hier? Hier Aber hier kamen wir ja rein Hier Nein, doch Oh Oh Ach, come on Wo ist denn jetzt hier die, ähm Der Dreckshebel Weil ich blind bin Strom Strom Auch geiles Bild In dem Raum, wo du gerade warst In dem Raum, wo du gerade warst Nach rechts laufen Hole Hole Das rote Licht Nein Hier ist ein rotes Licht Und hier bin ich rechts gelaufen Und hier bin ich rechts gelaufen Oh Gott Weg mit euch Oh Gott 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 Und nun? Newspaper Ja, okay Der Mara never sleeps Erstmal in den Schrank rein und Tür zu Hi Leute Hi, ich bin nur zu besuch Nicht schlimm I know I'll die Locked in Hier Going deep into the facility Is my only chance Of survive Survival My keycard Is just Across the hall In my local Code is 9173 So simple But the monsters I cannot Can't Outrun them My leg Is fucked If you are Reading this No, I didn't Die Award Aha Was war das? 7-1 9-1 7-3 9-1 7-3 Da brauchen wir die Karte für Hi Kuppel 9-1 9-1 9-1 7-3 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 für das. Äh, Keycard, 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 Keycard. Nein, nein, Exit. Sieht immer noch gleich aus. Wo war denn jetzt hier? Nee, da kam er her. Maintenance Room. Neben dem Zaun. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand den Jumpscare geklippt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Neben dem Zaun. Hier. Ja. Oh Gott, natürlich hat es einen Keller. Ich raste es so sehr. Seit langer Zeit. Ruhe. Spürt ihr das? Spürt ihr das? Spürt ihr das einfach? Oh. Ein Ding-Ding. Ding-Ding. Kein gutes Zeichen, Akino. Sehe ich auch so. Aha. Ich bin überrascht, dass du da rausgekommen bist, nach deinen Injuries. Aha. Und zu denken. Er hat es mit nur einer geschlossenen Hand. Der Keller ist der tiefste Punkt im Horrorspiel? Weiß ich jetzt nicht. Natürlich kommen wir nicht zurück. Hi Leute. Game saved. Nein. Nein. Painkiller. Kann man den nochmal haben. Explore the hospital. Hospital. Können wir das lesen? Wir haben eine Map. Map. Map heißt Karte. Broken Statue. Resumen wir ihm ja. Okay. Wir haben eine Map. Map. Moment. Öh. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Das ist die Cafeteria. Hallo Cafeteria. Essen. Hallo Cafeteria. Lässt sich nicht öffnen. Eine Krücke. Mitnimm. Krücken kann man nie genug haben. Schuppschupp. Doktor's Office. Haben wir vielleicht eine zweite Krücke? Natürlich. Warum auch nicht? Das ist die zweite Krücke. Ah. Nicht die zweite Krücke, sondern hier können wir die nutzen, um an den Schlüssel zu kommen. Verstehe. Markmann, wie geht's dir? So ein Schreien ist immer ein gutes Zeichen. Wir kommen nicht so fertig raus. Nein. Natürlich nicht. Hier ist kein Schloss. Hier auch nicht. Oh. Schönes Bild. Kommen wir hier durch. Was wird der Krücke? Können wir die nicht mitnehmen? Scheint... Ah. Ich geh. Ich geh. Oh mein Gott. Oh. 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 Wieso ist jetzt auf einmal wieder ruhig? Warum spiele ich die Scheiße? Ich bin in hell und hier. Ich habe meinen totbruder gesehen. Er geht jetzt in meine Firma. Welcher Fach? Ich sehe keinen Fach. Welcher Fach? Junge, Junge, Junge. Das mache ich nie wieder. Warum kann ich hier einen Computer benutzen? Ich habe einen natürlichen Drang, einen Computer zu benutzen. Danke. Hoi Shit, Mann. Ach, jetzt ist hier frei. Danke, du mich auch. Konferenz Room. It used your mind against you. Du mich auch. Zu wieder. Mhm. Sitzen alle. Es sind viele Dinge. Ich kann nicht sitzen. Es ist wieder zu ruhig. Ich habe schon wieder irgendeine Scheiße übersehen. Hier ist einfach viel zu ruhig. Ich höre nichts. Ich kann mit nichts interagieren. Ich habe mit nichts mehr. Ich habe mit nichts mehr. Ich habe mit nichts mehr. Danke, Konferenz Room. Das war jetzt sehr hilfreich. Okay. Weiter geht's. Kitchen. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Ich fühle mich besser, wenn ich das Bild für dich bekomme. Willst du mich verarschen? Du würdest? Ach ja, wir gehen für ein Kind, das wir gerade gefunden haben. 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 Deal! Ich glaube, ich habe es in Raum 3 verlassen. Mhm. In Raum 3. Ähm. In Raum 3. Wir sind in der Küche. Vom Konferenzraum waren wir da. Wir müssen also im Konferenzraum links und dann rechts. Gut. Habe ich hier irgendwas? Ich wollte doch mal was anhören. So, Dr. Superman. Was ist dein Kryptonite? Oh, jeez. Tough questions from intrepid reporters. Hehe. Äh. Äh. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich spreche über mich. Frag mich über Blasch-Bakterien oder Spinal-Fusionen. Es ist leichter. Oh, nicht so schade. Das ist die Art der menschliche Geschichte, die Leute wollen. Es ist nicht so. Es ist nur... 15 Jahre vor. Ich habe meine Erinnerung verloren. Einen Kind, totaler Amnesie. Geräusch? Super, Tani. Ja. Ich wuchs in einem Kornfeld, 20 Kilometer aus der Stadt. Ich wurde von einem Pfarrer und seiner Frau gebrochen. Ich wusste nicht etwas über mich selbst. Außer davon, dass ich irgendwie Medizine kenne und ich... ... brauchte, die Leute zu helfen. Hör mal kurz. Du wuchs in einem Kornfeld. Wir wurden von einem Pfarrer und seiner Frau gebrochen. Wir haben eine Mission, um die Welt zu retten. Und du sagst jetzt, mich zu dir, Dr. Superman zu kenne? Okay, ich sehe es jetzt. Ich versuche zu Gott, ich habe keine Verbindung gemacht. Das Kit ist noch da. Okay. Ähm... Ich habe noch keine Ahnung, wo das Problem liegt. Irgendwas von Doktoren. Genau, wir müssen hier die Kitchen. Konferenzraum und dann... Links. Oh. Ähm... Der Gitter. Jetzt verstehe ich das mit den Doktoren. Oder nicht? Ähm... Baby-Room? Ähm... Was ist, wenn ich... Ah! Scheiß drauf! Ah! Das ist Raum 3. Ich muss hier rein! Ah! Ich muss da rein! Ja! Ich bin in Raum 3, oder? Ja! 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 Du bist krank! Oh Gott! Ich bin krank! Ja! 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 Die Toiletten... Ja! Wir sind in Raum 3. Die Toiletten sind... Das ist nicht so weit. Wir müssen jetzt hier links und dann rechts. Kann ich noch so viel tanken? Ja! Ich hau mal eine... Pain-Piller rein. So, wieder 95%. Was habe ich gesagt? Links und dann rechts. Let's go! Ja! Hier sind die Toiletten. Ähm... Ja! Ich bin der Painkiller. Ja! Ja! Eine Trageide aus dem Vergangenen inspiriert, dich dazu zu etwas zu etwas noblem. Wir wissen, 15 Jahre vorhin... Es gab ein... Anzident. Ich... Ich... Ich bin noch nicht sicher, was passiert. Ich war nicht die beste Leben ab damals. Mhm. Es ist okay, wenn du nicht über das sprechen willst. Aber ich bin froh, zu hören. Not much to tell, honestly. I was out with some friends one moment, and the next moment I woke up in the hospital. I had a big wound right there on my stomach. And well, on the outside of it, it really doesn't look so bad. Most of the damage and scarring is internal. Those can be the worst. Yeah, well, it doesn't really get in the way anymore. Just, uh, I can't really have kids, that's all. Oh, shit. I'm so sorry. Oh, it's okay. I've always kind of wanted a little girl, but, uh... Oh, oh my God, I am so sorry. This has gotten way off the rails here. You know, who's interviewing who? Hey, I'd rather read about you anyways. Okay, ja, wissen wir schon mal. Aber die hatte mal einen Unfall, und deshalb war das halt nicht möglich, dass sie, ähm, Kinder gekommen sind. Zu dem Zeitpunkt. Also Jill. Ähm. It's Jill. Okay, also das Kind, was das sein soll, soll mehr oder weniger... Das bitte nehmen. Jill symbolisieren. Dann wäre das Kind quasi auch unser Kind. Jesus Christ. Ist das... ... was ich denke, es ist? Äh, nein. Definitiv nicht. Okay, Leute. Ringjil photo. Sie war in the kitchen, right? Wir sind in den Toiletten-Kitchen ist quasi den Gang entlang. Können wir das alles tanken? Letzter Raum, linke Seite. Let's go. Ja! Hi! Also, warum ist Locker-Room? Wieso interessiert die dich nicht für uns? Wieso bin ich jetzt im Frauen-Umkleber? Gut, setze ich erstmal nicht so verkehrter Raum, aber... Ich hätte mal weiterrennen sollen. War aber was frei? Kann ich da durch? Ja. Hi! Och, sake, wieso ist hier abgeschlossen? Einmal drumherum. Hi! Sie hat mir denn noch recht hinterlassen? No, where the hell did she go? I had to go. Check storage for photo. Storage. Storage for photo. Ja, das ist auf der anderen Seite. Komm ich jetzt hier durch? Nein! Einmal rum, warum? Du, 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 du. So, Mann. Ich soll das hier checken für ein Foto. Foto, 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 foto. Foto. Find a way to clean the photo frame in Pharmacy. Pharmacy. Okay, das ist also, wenn ich... Find ich's Raum rechts. Hi, da. Bleibst du draußen? Kann ich hier... das hier so... take? Schon ein schönes Bild. Ihr habt euch das letzte Mal, als ich da sagte, ein schönes Bild. Mhm. Okay, krieg ich hier irgendwie eine Anleitung, wie ich was brauche? Painkiller. Mehr Painkiller. Wie sieht's denn aus? 65 sind okay. Kann ich sowas hier einstecken? Mhm. Licht. Murderer. Ich glaube, das sind wir. Thomas, whatever you are, whatever out there, it's fucking with me. You won't stop me. Ja, das ist so. Whatever you are, whatever you are, that's fucking with me. You won't stop me. look to the hospital for a place to use this photo. Moment. Baby Station. Oder? Wo hatten wir das denn? Baby Room. auf der anderen Seite, würde ich jetzt sagen. Hi. Ich sehe irgendwie zu put. hier. Boah. Oh. 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 Die Frage ist, was machen wir damit? Können wir das irgendwie irgendwo hinlegen oder aufhängen? Ich hätte gesagt, dass irgendwo aufhängen wäre die richtige Entscheidung. Ich nehme nochmal eine Reine. Jetzt sind wir wieder bei 100%. Das ist schon mal ganz gut. Und die Frage ist auch, ob wir dieses Bild irgendwie noch nutzen können. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Foto. Ah, Moment, Moment. Moment, kurz husten. Open Chest, Broken Statue. Okay, was ist mit der Open Chest? Oben links und Broken Statue. Vielleicht müssen wir es da hinbringen. Wir sind jetzt im Babyraum, habe ich gesagt, ne? Ja. Dann versuchen wir es mal. Also links, hoch und dann wieder links. Also, sorry. Quick. So. Oh. Ja. Das Mädchen aus der Küche wollte doch dein Foto der Mama. Ja. Ähm. Die Doktoren sind weg. Können wir jetzt hier lang. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Was ist hier mit der Chest? Also mit dem. Hier ist original nichts drin. Fantastisch. Und die Broken Statue ist auf der anderen Seite. Das ist auch wieder ruhig, ne? Generatorraum war einfach komplett useless. Sprach er. Wo ist die Broken? Ah, der Arm fehlt. Leitern, ne? Leitern sind in solchen Spielen immer sehr, sehr wertvoll. Naja, never mind. Wir haben eine Tür. Das Spiel möchte, dass wir die Tür öffnen. Wir öffnen die Tür. Hi, Jill. Jill. No. This isn't real. This isn't real. I'll find you, Jill. I'll find you. Weiß ich noch nicht. Oh, hi. Hey. Wait. Ha, wir haben Schuhe an. Wie abgespaced soll dieses Spiel eigentlich sein? Hey, jetzt mal im Ernst. Also, wo sind wir denn überall? Also, ihr überlegt mal, was wir alles schon gemacht haben in diesem Spiel. Wir waren im Hospital. Wir waren irgendwie in so einer ägyptischen Grabkammer. Äh. Das ist ja wirklich komplett abgespaced. Ich habe keine Taschenlampe. Keine Lichtquelle. Müll haben wir. Und wo sind wir jetzt? Hey. Put a frame. Two years since the accident. The year since I lost my job. One year since I lost my job. My rock bottom. I only recently started a crawl. My way back. Okay, wir haben eine Maske. Fantastisch. Haben wir irgendwas? Wir haben einen Painkiller und wir haben einen Journal. Okay. Your mind and soul. Was? Sie an der Naki? Okay. Hey. Keine Ahnung. Aber hatten wir nicht auch irgendwas von wegen, das Kind wieder zurückbringen oder so? Oh, hey. Ich erinnere mich an dich. Flaschen. Flaschen. Untertitelung des ZDF, 2020